Guten Morgen, heute möchte ich mit Euch ganz kurz mal zwei Sachen testen und zwar, ich habe ja wieder mal, ich bin ja immer am probieren und so sehr ich das Mixen aus gesundheitlicher Sicht den Säften vorziehe, so sehr probiere ich doch auch wieder mal hin und wieder was zu entsaften. Und das habe ich hiermit getan und zwar, ich habe euch das erste Mal Mungbohnen entsaftet. Der Grund ist der, dass ich seit geraumer Zeit nur noch eine Mahlzeit am Tag esse und die restliche Zeit des Tages folgendes mache, ich trinke nur und trinke dabei vorrangig nur grüne Säfte oder Wasser. Und das ist immer so was Spezielles, wenn man den ganzen Tag nichts essen kann, wenn man dann mal so eine Geschmacksnuance hat und deshalb entsafte ich jetzt tatsächlich. Und ja, heute ist das erste Mal wo ich Mungbohnen entsaftet habe, ich bin gespannt und möchte das einfach mal testen und ich habe, was ich dann noch testen werde in dem Video ist Linsensprossen, Beluga Linsensprossen Saft halt und möchte mich mit Euch dann auch austauschen wie, was Eure Lieblingssprossen sind. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, der Patrick hat damals Alphibasprossen entsaftet und dann getrunken und gesagt, boah das schmeckt total nach Karamell. Ich wie ein Warni Alphibasprossen entsaftet und ja, haben nicht nach Karamell geschmeckt. Also von daher jetzt Mungbohnensaft, bin gespannt. Schleckt auch nicht nach Karamell. Naja, ist recht bitter und wie ein Protein, ganz milchig ist das. Aber es geht, sag ich mal. Übrigens, ich habe jetzt ja angefangen, seht ihr das, mal Hafergras zu ziehen und ein Korngras, was ich dann auch entsaften will und das werde ich dann auch mal bei Gelegenheit testen. Aber was in das Video kommt ist auf jeden Fall noch die Linsensprossen testen und da hoffe ich mir eigentlich das ganz gut schmecken, weil ich liebe Linsen und Linsensprossen und das muss gut schmecken. Mungbohnen nehme ich halt einfach so mit, weil sie einen relativ hohen Anteil an Aminosäure haben. So, zweiter Teil. Aus einer riesen Schüssel von Linsensprossen ist das hier entstanden. Aus einer riesen Schüssel von Linsensprossen. Also das ist natürlich schon echt, echt wenig. Naja, auf jeden Fall sind das Linsensprossen. Und das sieht von der Farbe her wahrscheinlich genauso aus, würde ich sagen. So leicht milchig, so ein bisschen malzig und koste ich mal. Linsensprossen. Auf jeden Fall angenehm als Mungbohnensprossen. Ja, durchaus angenehm. Also Linsensprossen kann man so trinken, ist auch sehr intensiv, aber um Längen besser als Mungbohnensprossen. Ist echt ein harter Kost. Das hier ist auf jeden Fall schon viel viel besser. Ja, sagt mal was eure Linsensprossen oder was eure Sprossen Lieblinge sind, wo ihr den Saft pur trinkt. Ich habe gehört Alfalfa Sprossen, soll die Karamell schmecken. Ja wisst ihr, ich habe es probiert. Bin ich nicht mehr der Meinung, kann mich allerdings auch nicht mehr daran erinnern wie das geschmeckt hat. Weil damals war ich einfach nur enttäuscht, dass es nicht nach Karamell geschmeckt hätte. Nach den Mungbohnensprossen oder vielleicht auch jetzt nach den Linsensprossen sieht die Sache anders aus, aber was sind eure Lieblingssprossengetränke die ihr pur trinkt und welche sind besonders ergiebig. Das würde mich auch noch interessieren, weil wie gesagt so eine ganze Schüssel Linsensprossen und so ein bisschen Saft, naja. Also schreibt es unten in die Kommentare. Tim Morgan Tim Morgan